Jahrelang hatte Silvia Wollny über ihren Traum einer Türkei-Auswanderung gesprochen. Schon bevor sich die Pläne der Familie durch einen Hauskauf Anfang 2023 kongregierten, hatte es den RTL2-Clan regelmäßig für Familienurlaube in die Türkei gezogen. In der letzten Staffel von »Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie« schauten sich Silvia Wollny und Harald dann sogar eine Kita in der Türkei an, in die sie Kalantas Tochter Kataleja schicken wollten. Auf die Frage, ob die Kleine eines Tages eher in Deutschland oder in der Türkei zur Schule gehen werden, entgegnete Silvia, die Zeit müsse die an. In Bezug auf Püppi scheint die Entscheidung noch auszustehen. Doch wie es scheint, ist die Entscheidung der beiden in Bezug auf Emory und Kasai gefallen. Während Sarafina ihr Töchterchen Hobangel Silvia noch in der Türkei auf die Welt brachte und damit einmal mehr ihren starken Bezug zu dem sonnigen Land untermauerte, geht es für die kleine Familie von Silvias drittältester Tochter jetzt wohl doch ein für alle Mal zurück nach Deutschland. Das verriet Sarafina Wollny im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram. »Sie werden ab August hier in Deutschland in den Kindergarten gehen«, entgegnete die 28-Jährige auf die Frage, wo ihre Zwillinge in den Kindergarten gehen werden. Doch woher kommt der plötzliche Sinnes? Immerhin hatte Sarafina gerade in Bezug auf Emory und Kasai in der Vergangenheit mehrfach betont, dem Duo gehe es in der Türkei mental und gesundheitlich besser als in Deutschland. Zwar handelt es sich hierbei wohl nicht um einen vollständigen Schlussstrich unter das Türkei-Kapitel, doch zumindest um ein Türkei-Aus in puncto Alltagsplanung. Gut möglich, dass die Wollnys wieder näher zusammenrücken wollen. Immerhin zieht es einen Teil der Familie aktuell immer wieder in die Türkei, während ein anderer in Deutschland zurückbleibt. Sarah Jane Wollny beispielsweise, die als einziges Familienmitglied einem festen Job, neben den Dreharbeiten für »Die Wollnys« nachgeht, ist fest an Deutschland gebunden. Auch Silvana und Florian Köster bleiben oft im Kalten, wenn Silvia, Harald, Estefania, Loredana, Sarafina und Co. in der türkischen Sonne entspannen. Irgendjemand muss ja das Haus in der Türkei machen.